WELKOMM TO UN JEDEREN DE DESA VON DEURSCHE SENDUNG VON WORTSACH DE BIBEL WARE ENGESTALT HAVT. GUN REDNER ES JAHON DIC. 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 meint, wie sein Vater geboren worden, und kennen dort, der ich in Nied Gott wohl gefallet Leben führen. Wann die Kinder so abgebrocht worden, dann werden sie jeweinlich auch so einen Partner, was auch ein Kind Gottes geworden ist. Tovierken seik, dort die junge Menschen sich ab der Gose rumdreifen, und dort fingen sie dann ihren Tovierkönfchen Partner. Dort ist aber nicht gesagt, dort so ein Partner wirklich ein Kind Gottes ist. Jeweinlich ist das so, wenn sie sich ab der Gose rumdreifen, dann seien sie jeweinlich auch nicht Kinder Gottes. Viele älteren, die leiden, sie haben ihr Port gedoen, wenn sie ihre Kinder dort zu bringen, dort sie sich mit Männernieten befrieren. Dort seicht aber noch lang nicht, dort alles gut sein wird. Wie möchten wir daran denken, dort dort zwei Sorten von Männernieten sind. So eine wird durch Jesus geraten, und so eine wird jästlich verloren sein. So eine wird ihr Leben den Herrn Jesus ever geeft haben, und so eine wird in ihre eigene Kraft, in ihre eigene Schmack sein, hopenseilig zu wollen. Dort ist ein Unterschied, so graut es Dagenacht. Wer durch Jesus ist worden jästlich abgewacht, der passt nicht gut taub mit Sohnen, wort er nichts von weiter will. Die Bibel sagt, wo können zwei Taub kommen, wenn sie nicht Taub sterben? In 2. Korinther saß 14, sagt der Apostel Paulus so, Lot ju nich mit angeleivende taub sparen, denn wort kon gerechtigtet mit angeleivende taub? Oder wo kon licht mit diesternis Gemeinschaft haben? Kon Christus in Beileal stemmen? Wot han geleivende mit angeleivende taub? Wot haft Gott sin Tempel mit Jetsen te daunen? Wie sehn je den lebenden Gott sin Tempel, so es Gott seht, ek wo er an leben, in unge an wohnlen. Ek wo er Gott sehnen, in sei sehlen mein Volk sehnen. Hier mocht ich besonders zu den jungen Menschen reden. Das neidigste am Leben es nicht, dass du die befriest. Das geradste es, dass du ein Kind Gotteswurst in seinen Wellen daist. Wann Gott hat well, dass du die befriest, dann haft er auch wem, wo du die post. Denk immer daran, Gott haft für deine große Leib, in wel verdient das wahrste. Erstens will er hören, du sollst deinen Glauben ganz ab Jezus saaten. He will han, du sollst sein Kind wohnen. Dann will he die so leiden, dass du am verhaarlichen kommst. Du wär ihn erst dazu neidig, dass du ein Eierpartner fängst, wo dasselbe erlebt haft, als du, sondern wo den selben Glauben haft. Darum kommst du beten, dass der Haar dir recht dich fährt. Eint ist klar, dass es niemals Gott sein willen, dass ein Geleibende sich mit den Angeleibenden befriert, oder auch angetreht, dass ein Geleibender sich mit den Angeleibenden befriert. Einzige junge Menschen denken gar nicht seien genügt d'r'evanau. Sie wollen sich so hierin befrieren, dass sie eine Grote hiervore ernähren gehen, was ihr Leben nachher ganz verdorben kann. Zum Beispiel, du wär ne Mial, die sich einen gewissen Jungen verleift hat. Sie selbst wie ein wahrer geborener Christ, aber die Jungen wär gar nicht. Nu seht die Mial, dat soll doch nischt schoden, wann sie sich dem fried. Sie wurde am Nordicast dort gewähnen, dort hau sich auch den Herrn Jezus hangauf. Dort ist jeweinig die Hoffnung von so ne Miales, wo sich mit wem befrieren wollen, wo sie weiten, dort sei am Glaubensleben noch gar nicht stemmen. Dort haft sich auf Färken ütgewesen, dort kraag, dat jähendel passiert. Wann sie erst befriedt seien, tragt die Mäun ihr Eier von ihren Glauben weg, als dort häusig durch ihr betiert. Lot die in diesem nicht vom Sothorn verleiden. Bet leuwe, dat die Haar die Säunen schickt, wo met du tot beten kost. Säunen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020